Moin Leute! Was macht ihr, wenn ihr mehr über eine Sache herausfinden wollt? Richtig, ihr schmeißt euren Rechner an und googelt den Spaß. Und genau das gleiche machen natürlich auch die potenziellen Kunden von eurem Unternehmen. Deshalb ist es super wichtig, eine eigene professionelle Website zu haben. In diesem Video zeigen wir euch, wie ihr diese Website ganz einfach aufsetzen und hosten könnt. Los geht's! Bevor wir gleich Schritt für Schritt den genauen Ablauf durchgehen, hier erstmal ein paar allgemeine Facts to WordPress. WordPress ist ein Content Management System, mit dem ihr ganz einfach in kürzester Zeit eure eigenen Websites erstellen könnt. Das heißt, ihr müsst die Seite nicht komplett selbst programmieren. Stattdessen wählt ihr euch am Anfang aus einer riesigen Sammlung ein bestimmtes Theme aus, welches den groben Rahmen für eure Website vorgibt. Diese Themes wurden von professionellen Webdesignern erstellt und zahlreiche coole Websites, die ihr im Internet findet, basieren auf solchen Themes. Anschließend könnt ihr ganz easy bestimmte Elemente per Drag & Drop auf eure Seite ziehen, dort dann bearbeiten oder wieder löschen. Das Schöne daran ist, ihr braucht keine einzige Zeile Programmiercode zu schreiben und habt trotzdem die Möglichkeit, eine professionelle Website zu bauen, die euer Unternehmen richtig geil repräsentiert. Nice, aber was, wenn ihr irgendwann die Seite doch selbst programmieren wollt? Auch dafür bietet WordPress eine Lösung. Ihr könnt nämlich innerhalb des Editors auch ganz leicht eigenen Code zu der Seite hinzufügen. Jetzt schauen wir uns aber erstmal an, wie ihr den Spaß überhaupt installieren könnt. Für eure erste eigene Website braucht ihr als allererstes mal einen geeigneten Hosting-Anbieter. Typische Anbieter sind zum Beispiel Ionos, Strato und Host Europe. Es gibt aber noch viele, viele weitere. Preislich sind die alle ziemlich ähnlich, aber natürlich bietet jeder Anbieter ein bisschen andere Konditionen an. Grundsätzlich kostet so ein Hosting für den Anfang nie mehr als ein paar Euro im Monat. Am besten ihr vergleicht einmal die verschiedenen Anbieter für euch selbst und entscheidet dann, welcher Host am besten zu euch passt. Sobald ihr euch für einen Hosting-Anbieter entschieden habt, müsst ihr euch noch die Domain für eure Website sichern. Meistens könnt ihr das direkt schon über euren Hoster machen. Falls ihr eure Domain schon vorher über einen anderen Anbieter gekauft habt, könnt ihr diese aber natürlich auch nachträglich noch mit eurem Host verbinden. Nice. An dieser Stelle braucht ihr jetzt nur noch WordPress zu installieren und schon könnt ihr mit der Gestaltung eurer eigenen Website beginnen. Das Schöne, einige Hosts bieten die Installation von WordPress sogar direkt von sich aus an. Das heißt, ihr müsst nichts weiter tun, als auf WordPress installieren klicken und ein paar Daten eingeben und schon flutscht das Ganze. Manchmal müsst ihr WordPress aber auch noch manuell installieren und deshalb schauen wir uns diesen Fall jetzt nochmal Schritt für Schritt an. Wenn ihr WordPress manuell installieren wollt, dann geht ihr zuallererst auf die Seite de.wordpress.org. Dort könnt ihr WordPress kostenlos herunterladen. Sobald ihr das gemacht habt, müsst ihr es nur noch auf eurem PC mit einem Programm wie WinZip, 7Zip oder WinRAR entpacken und schon kann es mit dem nächsten Schritt weitergehen. Im zweiten Schritt geht ihr jetzt auf die Seite filziller-project.org und ladet euch kostenlos den Filziller-Client runter. Dieses Tool hilft euch später, eure WordPress-Dateien auf den Webserver zu schieben. Was ihr jetzt noch braucht, ist eine Datenbank und ein sogenannter FTP-Zugang. Beides könnt ihr in eurem User-Control-Panel des Hosers anlegen. Das Problem hierbei ist, dass die Einrichtung der Datenbank und des FTP-Zugangs bei jedem Haus da anders funktioniert. Um beispielsweise bei Strato eine Datenbank anzulegen, müsst ihr im Menü unter Datenbanken und Webspace in die Datenbankverwaltung navigieren. Hier könnt ihr dann ganz easy eine Datenbank erstellen. Dafür müsst ihr lediglich auf den Button Datenbank anlegen klicken und ein Passwort für die Datenbank vergeben. Der Rest wird euch automatisch ausgefüllt. Ganz wichtig, notiert euch zwischendurch immer alle Anmeldedaten, die ihr verwendet. Die werdet ihr später nämlich nochmal brauchen. Nice. Den FTP-Zugang erstellt ihr danach auch wieder im Bereich Datenbanken und Webspace, indem ihr auf FTP-Zugänge verwalten wechselt. Hier müsst ihr einfach einen Benutzernamen und ein Passwort eingeben und die Domain auswählen. Jetzt noch schnell den FTP-Zugang speichern und schon läuft der Hase. An dieser Stelle habt ihr es schon fast geschafft. Jetzt müsst ihr nur noch die entpackten WordPress-Dateien von eurem Computer auf den Webserver schieben. Dazu meldet ihr euch mit den eben erstellten Zugangsdaten in FileZiller an und tragt als Server eure Domain ein. Anschließend müsst ihr einfach eure WordPress-Dateien auf den Server hochladen. Nice. WordPress ist jetzt installiert. Als nächstes müsst ihr es nur noch kurz einrichten und schon könnt ihr mit eurer Website starten. Dafür gebt ihr in der Suchleiste eures Browsers eure Domain plus slash wp-admin ein. Dann kommt ihr nämlich auf die Einrichtungsseite von WordPress. Hier müsst ihr jetzt eure Anmeldedaten von der Datenbank und ein paar weitere Dinge eingeben. Und schon habt ihr es geschafft. Sehr schön. Wie genau die ersten Schritte in WordPress aussehen, zeigen wir euch im nächsten Video. An dieser Stelle fassen wir aber erst noch mal kurz und knackig zusammen. WordPress ist ein kostenloses Content-Management-System, mit dem ihr eure eigene Website super unkompliziert und ohne eine einzige Zeile Programmiercode gestalten könnt. Alles was ihr braucht ist, erstens ein Hosting-Anbieter, zweitens eine Domain und drittens WordPress. Falls ihr WordPress manuell installieren müsst, dann benötigt ihr zusätzlich noch das Programm FileZilla. Das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal und haut rein.